Susanne Schröter, die vor allem in jüngster Zeit als sogenannte Islam-Expertin von sich reden macht, behauptet stets rein wissenschaftlich unterwegs zu sein. Eine politische Agenda vertrete sie nicht und Behauptungen dieser Art tut sie als Hetze oder islamistische Propaganda ab. So hat sie auch Realität Islam, also sprich uns, immer wieder vorgeworfen, wir würden ihr politischen Aktivismus unterstellen, den es bei ihr ja gar nicht gäbe. Nun, Susanne Schröter, so ihre Selbstdarstellung, arbeitet ja rein wissenschaftlich und ist in diesem Sinne weltanschaulich und politisch neutral. Okay, natürlich sind das nur Schutzbehauptungen und jeder, ja wirklich jeder, der ihre Arbeit in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß ganz genau, dass Frau Schröter diesen Weißkittel-Effekt nutzt, um ihrer politischen und extrem islamfeindlichen Gesinnung einen wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen. Liebte Muslime, Geburten-Jihad, der Adhan als Sieg über Deutschland und die Behauptung, dass sich die hiesige islamische Community über Anschläge freut, subhanallah, das sind nur einige Dinge, die Schröter von sich gegeben hat. Und all das knüpft nahtlos an eine Reihe von Verschwörungserzählungen und Gerüchten an, die vor allem in islamfeindlichen Milieus die Runde machen. Kein Wunder also, dass sich die sogenannte Wissenschaftlerin mit so einem Programm bei Parteien wie der AfD oder auch der österreichischen FPÖ höchster Beliebtheit erfreut und sich natürlich auch der Unterstützung rechtsextremer Parteien sicher sein kann. Für uns, so wie für alle aufmerksamen Beobachter, war also schon sehr, sehr lange klar, dass sich Frau Schröter längst vom wissenschaftlichen Diskurs verabschiedet hat und als politische Aktivistin unterwegs ist. Da kann sie noch so oft ihre Professur und Position als Institutsleiterin als Tarnkappe voranschieben. Aber für alle, die immer noch Zweifel daran haben und vielleicht den politischen Aktivismus von Frau Schröter einfach nicht sehen oder vielleicht auch wahrhaben wollen, für die haben wir nun den eindeutigen Beleg. Denn Susanne Schröter ist Mitbegründerin der Denkfabrik Republik 21. Die eigenen Angaben zufolge liberal-konservative, also politische, Ideen entwickeln und transportieren möchten. Dabei will der Think Tank ganz offensichtlich von seinem politischen Netzwerk profitieren und er hofft sich auch auf diese Weise die Gesellschaft zu prägen. Um es doch mal klar zu sagen, es geht also dezidiert nicht um wissenschaftliche Arbeit und das behaupte übrigens nicht ich, das steht auf der Website von R21. So wollen sich Frau Schröter und ihre Mitstreiterin insbesondere von den sogenannten etablierten Einrichtungen abgrenzen, die entweder eher theoretisch, wissenschaftlich oder im Bereich der Bildung tätig sind. Wir haben es also schwarz auf weiß. Susanne Schröter ist eine Politaktivistin, die sich liberal-konservativen Ideen und dem Patriotismus verschrieben hat. Bürgerlich-konservativ und patriotisch, die bekannte Chiffre also, mit der Rechte ihre Gesinnung kaschieren und gleichzeitig ihre Klienté abholen wollen. Aber gehen wir mal weiter, denn Frau Schröter hat die Öffentlichkeit nicht nur in diesem Punkt getäuscht. So behauptet sie mehrfach, dass wir beim Thema Integration nichts als Verschwörungstheorien verbreiten würden. Ganz konkret, sie wirft uns vor, wir würden fälschlicherweise behaupten, dass Integration gesagt, aber Assimilation gemeint ist. Und das habt ihr von uns schon oft gehört. Und der Begriff Wertediktatur, den wir in diesem Kontext verwenden, sei nur ein Kampfbegriff, um Muslime gegen die Mehrheitsgesellschaft aufzuhetzen. So ihre Ansicht. Also nochmal zum Mitschreiben. Laut Schröter geht es bei der Integration nicht um Assimilation oder Wertebekenntnisse. Unterstellungen dieser Art seien ja nichts als islamistische Propaganda. Nun, dann schauen wir mal, was die Mitbegründerin und stellvertretende Leiterin von Republik 21, Frau Christina Schröter, zu diesem Thema zu sagen hat. So schrieb die ehemalige Bundesfamilienministerin und CDU-Politikerin in ihrem Artikel für die Welt. Also Frau Susanne Schröter, wer lügt hier? Wer täuscht die Öffentlichkeit und verbreitet Propaganda? Und wer schütt Ängste und spielt Menschengruppen gegeneinander aus? Auch hier haben wir eine eindeutige Antwort. So schreibt ihre Mitstreiterin folgendes. Zitat Wenn uns die Integration der hier lebenden Menschen aus anderen Kulturkreisen nicht gelingt, dann knallt es. Zitat Ende. Ist das also die Sprache seriöser Wissenschaftler? Oder ist es vielmehr die Sprache derjenigen, die am liebsten einen Bürgerkrieg herbeireden wollen? Ganz klar, für Republik 21 sind Muslime, die ihre eigene Überzeugung nicht aufgeben und sich nicht einem Wertediktat unterwerfen wollen, ein Sicherheitsproblem. Die täglichen Übergriffe also auf Moscheen und auf Muslime speisen sich nämlich aus genau diesen Erzählungen. Ich sage an dieser Stelle noch einmal in aller Deutlichkeit, Frau Schröter ist keine seriöse Wissenschaftlerin, sondern eine gefährliche Politaktivistin, getrieben durch ihre Aversion gegen die islamische Identität und Lebensweise. Deshalb warnen wir, unsere Geschwister und auch unsere Mitbürger, eindringlich, sich nicht von Frau Schröter und ihrem Aktionsgeflecht täuschen zu lassen. Wer meint, andere Werte müssen vernichtet werden, damit Deutschland leben kann, der führt dieses Land geradezu in den Abkommen. Vielen Dank.